Da kannst du zumachen, da kannst du zumachen. Warum ist da noch ein Buffet? Ah, okay. Das kann weg. Die Pilze da können weg. Da kann's... Nein, nein, nein. Das kann weg. Warum kommst du da nicht an? Das ist komisch. Hoch. So. Zack, 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 zack. Alles einsam. Habt ihr das... Das ganze Wasser hier. Zu, zu. So. Solange mal von oben nichts sieht aus, hat das alles gut. Und das müssen wir später machen. Wenn ich jetzt durchgehe, die ganze Hülle weitergehe, finden wir immer irgendwo was, was zu muss. Immer schön peu, peu. Weg, weg, weg. Ach so, da oben müssen wir rein. Zu, zu, zu. Was ist da oben los gewesen? Ach so, Hühnchen. Guck, guck. Genau, wir brauchen ganz viele Hühnchen für die ganzen Feuerpfeile. Weil wenn die Beholde irgendwann mal irgendwas können, haben wir ein Problem. Oder wir fangen halt an mit den Tesla-Türmen. genug... War das gerade so? Kronen, man? Wo ist Schaf Nummer 2? Ach, ich höre es immer noch. Oh, Gold. Da. So, du weg. Du weg. Das kann da hin, das kann da hin, das kann da hin. Mäh, 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 mäh. Mäh, 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 mäh. So, weg da, Jungs. Zu, zu. So, wenn das jetzt hier zu Ende zu ist, dann sollte das erstmal reichen für ein, zwei Folgen mit dem Deko-Zeug. Weil die ganze Welt in Dirt verwandelt ist jetzt nicht unbedingt so das super spannendste Projekt. Aber ihr kennt mich ja. So, tu da weg. Warum bist du eigentlich größer als wir? Also, das ist der von uns ausgewählte Zwerg. Wusste gar nicht, dass es da größte Unterschiede gibt. Hm, so, du fein. Hast gute Arbeit geleistet, mach das da weg. Überall stehen Zwerge rum. Mach das da weg. Das, das, das da weg. Neue Goblins. Und wir wollten ein Schwerter herstellen. Wollten wir nicht, weil wir es nicht konnten. Wir wollten oben was anderes herstellen. Tesla, oh. Quarz. Glas. Wir brauchen hier Stahl. Gold. Wir brauchen Silber für die. Das ist auch doof. Eins, zwei, zwei. Okay. Stahl. Kohle haben wir ein bisschen was. Eisen haben wir auch ein bisschen was. So, das sollte erstmal reichen. Gut, hier können wir ein paar davon herstellen. Frage ist halt nur, wohin. Also ja, wir könnten sie gleich hier hin bauen. Wobei ich nicht weiß, wie weit die genau schießen. Und die sind keine Erfahrungspunkte mehr. Wobei, selbst wenn wir jetzt 100.000 Wellen zerstören von denen. Ich denke nicht, dass wir auf irgendeine höhere Zahl an Zwergen kommen als 12, 13 vielleicht. Außer wir spielen tagelang. Und dafür gibt es nicht genug Content. Also ja, ich denke, ich baue dann hier auf den hinteren Türmen die Dinge auf. Das müssen wir auch alles nochmal angehen. Die eigentliche Festung fertig. Genau, Ziegelwände. Dazu brauchen wir Ziegel, dazu brauchen wir Ton. Wasser und mal Wiener Kohle. So, Kohle hätten wir auch ganz gerne was. Und dafür geht er jetzt hoffentlich nicht wieder zu einem gewissen Ofen. So, man macht das zu Hause. So. Könnte auch eine Ecke dauern. Ich hatte ja tierisch viel Holz. Jo, warte mal, das kommt mal alles weg. Guck, guck. So. Zing. Und ja, es wäre wahrscheinlich effektiver, wenn ich warten würde, bis das tierisch hoch ist. Aber, ne? Ich will jetzt Holz haben. Hier ist das alles schön blockiert. Zwischendurch spawnt mal ein Schneeblock, aber das war es auch. Leider auf den Wurzeln. Ich denke mal, wenn Schnee auf den Wurzeln drauf ist, kann da kein Baum spawnen. Das heißt, wir müssen es immer schön frei halten. Und dann spawnt irgendwann ein Baum und der Baum blockiert das Ganze dann. Das ist so mein langfristiges Ziel, dass hier alles voll Holz ist. Und dass das Loch zu ist. Kein Zwerg kommt. Die sind alle am Arbeiten, ne? Ja. Ziegel herstellen. Kohle herstellen. Tesla-Türme herstellen. Wo sind die eigentlich? Hier, ne? Ja, Tesla-Türme. Da. Ein links, ein rechts. Und dann eigentlich bräuchten wir noch vier Stück. Aber das könnte ein bisschen dauern. Ihr macht Kohle. Ihr lauft hin und her. Ziegel werden abgeliefert. Gut. Nicht da einfach ein Loch reinpuddeln. Nichts da. Da. Gold haben wir. Kristalle haben wir. Glas haben wir nicht mehr viel. Wir können nur noch zwei herstellen. Das ist nicht so schön. Aber Glas zu produzieren ist nicht sonderlich schwer. Silber haben wir auch immer noch drei. Wir haben allerdings 36 Gold. Es müsste eigentlich noch genug Silber auf der Karte sein. Ich will jetzt nicht mein Gold für Silber ausgeben. Also meine Münzen für Silber ausgeben. Wenn wir dafür Sachen kaufen könnten, die es nur im Shop gibt. Als da wäre das hier zum Beispiel. Mitril-Axt. Holzfällen 5. Silber-Pickel macht Bergbau 5. Mitril-Pickel macht was? Bergbau 5. Bergbau 3. Ah ja, okay. Also ist schon, ne? Ist ein ordentlicher Sprung. Schaden 13. Mitril-Hammer. Schaden 17. Schaden 20. Also darüber hatte ich mich ja schon mal markiert. Dass der Hammer nicht so stark ist wie das Schwert. Was hast du? 17. Taucherhelm. Was bist du? Elixier des Feuerballs. Achso, das brauchen wir für die Zauberstäbe. Damit die Zwerge die Zauberstäbe nutzen können, um Feuerwelle zu schmeißen. Was auch extrem cool klingt. So, Tesla-Türme werden hergestellt. Halbe Stunde bis zur Welle. Also eigentlich nur eine Viertelstunde wegen doppelter Geschwindigkeit. Nachts ist alles verwechselt. Das ist normal. Ich glaube, wir brauchen hier Portale, damit die da aufgestellt werden können. Du, da, okay. Bau Tesla-Turm. Erhöhe Tesla-Turm. Zeug. So, du stehst, du stehst. Noch einer drauf. So, ich hoffe, die Reichweite reicht. Komm mal näher ran. Oh, die Türen sollen vielleicht auch mal wieder aufstehen. Da. Die Tür erstmal. Ich will gucken, wie weit der Tesla-Turm kommt. Äh. Du Fallen. Ja, du solltest da runterkommen. Das kann weg. So, Ziegel. Wann braucht Ziegel? Ziegel. Und Ton. Wir haben fast kein Wasser mehr. Das ist lästig. Also jetzt mit Wasser, mit Eis Wasser herzustellen. Du, du. Ziegelwände. So, Ziegelwand. Und dahin. Ich hätte jetzt gerne Ziegel, 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 Ziegel. Alles Ziegel. Pritzel, Wurzel. Achso, Geist. Ziegel, Ziegel, Ziegel. Dann brauchen wir hier ganz viel Scaffolding, glaube ich, damit sie an alle Ecken rankommen. Hier, damit sie an die Decke rankommen. Und warum bist du da gerade runtergefallen? So, kein Scaffolding mehr. Ja, die Scaffolds verhalten sich beim Echt komisch. Ersetze Stein. Ersetze Stein. Ersetze Stein. Ersetze Stein. Alles ersetzen. und venezianischen Stück werden wir dann auch bald wieder brauchen. Für diese ganzen unschönen Ecken hier. Kannst du schon am grunzen, die Zwerge? So, das, 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 das. Nicht da draußen. Ersetze, Ersetze, Ersetze. So, Ersetze. Yeti, tot, tot. Mehr Tester-Türme? Nein. Du kannst mal sterben, du bist viel zu nah dran an uns. Turm? Hallo? Äh. Das wäre jetzt peinlich, wenn der jetzt einfach so hier reinläuft und unser Totem One hätte und das Spiel vorbei ist. Seht kurios. Na gut, ich hätte gerne Mitril. Wie wahrscheinlich jeder andere Zwerg auch. Das heißt, wir gehen jetzt wir machen das anders. Wir kaufen jetzt eine Mitril Pickaxe. Kaufen. Die wird jetzt abgeholt. Ich hoffe möglichst schnell. Den machen wir hier im Portal auf. Schicken hier einen Zwerg hin. Den übernehmen wir. Und Troll übernehmen. So. Und sobald die Pickaxe aufgenommen wurde, rüsten wir sie bei ihm aus. Und dann hat er hoffentlich eine sehr schnelle Abbaurate. Und dann gehen wir mit ihm auf Mitril-Suche. Bis dann, äh, hohen wir doch ein paar von den anderen Ressourcen. Ausrüsten. Da ist sie. Zack. Von Stein auf Mitril. Das müsste ein netter Sprung sein. Ja, drei Schläge. Zack, 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 zack. So, den Rest könnt ihr machen. Äh, runter. Da. Das ging schnell. Sehr schnell sogar. Was macht ihr da alle? Könnt nicht mal ordentlich springen, hm? Äh, Portal. 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 Komm, hau den Stein an den Füßen weg. Na, komm. Ah, das ist doch ordentlich. Oh, oh. Yikes. Wir sind ja gerade ein bisschen an Doom. Ja, okay. Ich glaube, die mögen das nicht, wenn wir hier Mitril abbauen. Wird das jetzt... Nee, okay. Was macht ihr da? Ich glaube, der Riesenwurm hat unsere Zwerge verpackt. Äh, baut mal da ein Dirt hin. Ah, du fliegst. Ja, freien. Au. Ja, ja, ja. Geh da hoch. Da ein Dirt. Da ein Dirt, damit ihr nicht mehr so komische Aktionen da macht. Ähm, ja. Das kommt noch weg. Gehen wir noch Mitril ein. Dann erforscht doch mal diesen komischen Tunnel, der hier gegraben wurde. Na, das war's schon. Steinwand. Oh, Dungeon. Bist du... ...er Portalraum? Ja. Töten. Töten. Lässt dich gerne stupsen, der Zwerg, ja? Ausrüsten. Bogen. Töten. Nö. Ja, mach mal. Die lassen uns einfach hier ein bisschen rumstupsen, der Rest tötet ihn. Und ich kann mich nicht selber heilen. Ah, doch. Es gibt nur keine Trink-Animation. Oh, mit Trink. So, 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 so. Ich hab da aber gerade keine Option gesehen, das Ding weiterzubauen. Ich weiß gar nicht, wie das damals war. Also, ob wir das Portal schon bauen konnten und da gab's da ein Exit und dann sagt der Ende der Demo oder so, ne? Oder Ende der Beta. Was in die Richtung? Also eigentlich müssten wir das jetzt herstellen können, aber noch nicht durchgehen. Und dann könnten wir später das Ding einfach laden und dann durchspringen, sobald die Welt da ist. Ja, hier ist gar nix. Schade. Aber gut, wir haben ein bisschen was in Betrieb gefunden. Damit können wir... Ich geh noch mal ein bisschen weiter runter. Damit können wir den Zauberstab auf jeden Fall bauen. Und noch ein, zwei andere nette Sachen, denke ich mal. Und dann schauen wir weiter, was der Techbaum so sagt. Hier, hau ab. Deutsch. Was haben wir da? Ich muss jetzt vorsichtig sein wegen der Lava. Die dürfte auch hier irgendwann kommen. Ja, scheint keiner zu sein. Und ich hoffe, dass hier keine Pflanzen wachsen können im Lavagestein, dass wir ein bisschen albern. Hier unten dürfte so ziemlich nix an Nährstoff sein. Oh, Mitri. Und ich glaube, wenn ich jetzt einmal gegen das Mithril da haue, dann kommt der Wurm wieder. Also jedes Mal wieder neue Ader quasi anschlagen. So, und mal. Nö. Dann gibt es da irgendeinen noch mechanisch noch nicht hin. Das ist ganz schön viel Mithril. Hier, mach das mal alles weg. So, das da kann noch weg. Das kann alles weg. weg, 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 weg. Portal, warte mal. Portal kann da rein. So, freien. Freien, den Rest können sie alleine machen. Wenn nicht, wäre das ein wenig erbärmlich. Jungs, nimmt das Portal. Oh, ja. Da, da. Portal. Äh, Deckbaum, Magierstab. Also, Mitri, 24 Stück, ja. Rote Diamant, grüner Diamant, der nicht grün aussieht, Nadelkristall. Wird gebaut. So, hier wird jetzt aber Lava sein, richtig? Wo ist der Lichtzauber? Nicht hier. Und... Nein. Blubbidi blubbidi Lava.